Guten Tag und willkommen zu einer weiteren Challenge von Star Wars Battlefront, dieses Mal mit der Bow Rifle Challenge. Okay, Bow Gewehr heißt es hier, aber es geht halt um diese kleine Waffe. Okay, die ist relativ groß eigentlich. Der hat mich ein bisschen an die von Bay Smile Boss. Ich weiß nicht, ob der... Doch, der sollte so heißen. Dieser Typ, neben Chirot, der hat auch so eine ähnliche Waffe. Also vom Aussehen her natürlich. Das ist ja eigentlich die Waffe, die zum Beispiel Zapp benutzt von Rabbids oder auch Agent Kallus oder so. Ich weiß nicht genau, ich gucke eigentlich diese Serie nicht, denn ich mag sie auch nicht. Bevor zugehört, lieber Clone Wars, aber ja. Das CJ-9 Bow Gewehr, mal sehen, wie es sich schlagen wird. Ich werde dieses Mal nur den Stab benutzen, also nur in Nahkampf. Ich werde nicht schießen, das wird deswegen sehr interessant. Meine Hand wird dazu sein, das Sprung-Pack, Adrenalin-Stimulator und Bacter-Bombe, zusammen mit Leibwächter. Ist halt so Standard, was ich eigentlich immer benutze. Aber es ist halt so, dass ich möchte halt länger am Leben bleiben. Mit dem Jump-Pack springe ich halt zu denen hin, damit es ja auch treffen kann. Adrenalin-Stimulator und Bacter-Bombe sowie Leibwächter halten mich halt am Leben. Bringt ja nichts offensives Ortsmöcher hier sowas. Explosivschuss bringt mir auch wenig, wenn ich nicht schieße. Scan-Impuls würde eventuell helfen. Oder Störung, aber sonst nichts. Oh ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich ein Spiel gefunden habe. So, da bin ich jetzt wieder. Runde hat nicht begonnen. Ja, also das ist Druiden-Alarm. Ich werde definitiv noch eine Runde spielen, wenn nicht sogar noch zwei. Mal sehen. Ach, ich wollte gerade schon schießen, ja. Oh, stimmt. Ach Mann, ey. Das ist ein toller Beginn. Genau deswegen sollte man immer darauf achten, wenn Gegner da sind. Nein! Oh Mann. Ich habe doch R3 schon gedrückt. Also ich habe gerade schon eine Runde Kampfläuferangriff gespielt. Aber habe mir gedacht, nee, das kann ich nicht bringen. Wegen Jakun und so. Und nicht nur, weil ich schlecht gespielt habe, sondern auch wegen Gelecks. Ja, gut. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, bringt nichts. Und da habe ich bemerkt, dass irgendwie der Ballwerfer richtig geleckt hat. Was ist das Gegner? Ne, hä? Wo schießt der? Was ist denn ein Problem? Von der Typ der Tasche. Jetzt sind wir kaum... Nein, ich habe geschossen. Oh. Schade. Oh, da ist er der. Warum kümmert sich keiner um ihn? Was hat er es geschafft? Egal. Ich habe mir den Ruin-Alarm jetzt ausgesucht, weil es dieses Objekt... Ich habe noch zuerst Das war nicht einfach. Was? Nein. Ey. Ne. Man hat sogar noch gehört diesen Vorwett. Ey. Please. Das ist richtig. Wir warten. Ne, kommt da. Da kommt der. So, wir warten, wir warten. Kommt er? Haha. Dafür ist die Bohrwäufe gut. Wirklich, dafür ist sie gut. Ich glaube, hier wartet noch jemand. Jetzt habe ich hier nicht rausgekommen. So. Okay, niemand. Das habe ich. Jawohl. So was ist schön, für so was ist die Bohrwäufe wirklich gut. Oh, egal. Ich habe es auch geschafft. Ich habe es auch geschafft. Ich habe es rausgezögert. Es steht aber immer 00. Komisch. Ist das Spawn. Direkt aus der Druide. Komm ich durch? Na gut. Man kann es ja mit einer Granat oder so aufmachen. Oh! Nein! Der hat mich wirklich geschehen! Oh mein, als ob er mich im Nahkampf besiegt hat, ey! Oh, man! Nein, ey! Ich sollte wegen dieser Objective-Schweinung merken! Okay, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber vielleicht sollte ich erst mal klingen und dann... Nein, hä? Oh, Strengschwein! Meine Fass, ey! So, hier... Das war ein riesiges Böhmchen... Ich hätte jetzt hier eine Blase können... Warte, ich weiß nicht, hier so katziert kommt doch niemand mehr ein... Jawohl, Adrenalin schon hat... Ich hab sogar schon gemacht, Alter! Oh nein, jetzt... Ob er mich sieht... Nein! Oh nein! Oh nein! Es ist ein Bower-Effekt! Ist das... Die Scheiße, ganz ehrlich! Man denkt sich vielleicht, die ist richtig okay, die macht One-Shots... Aber erst mal treff damit! Oh, Umgebungsbomben, nice! Also mal wirklich Treff damit! Ich weiß das nicht, das ist... Hoho! Ich hab Zeit! Nein! Ich wusste, dass er da war, irgendwie, aber... Naja, ich weiß nicht... Er war schon zu spät... Ey, was hab ich für ein Kapitän? Nimm doch mal den Sidrui hin! Die Papi, ja, alles selber... Wollte ich auf die gleich drauf gehen... Als ob da alle grad waren... Ach man, nimm doch mal die Sidrui hin! Ja, geht doch... So, von hier... Ich warte noch... Ja, vielleicht das Campen oder so... Obwohl das ja nicht... Aber... Ähm... Warte... Da... Da... Was? Nein, wa... Was? Hä? Warte... Das hat ihren Körper ges... Dr... Alles klar! Was für eine Kack-Challenge, ey! Dr... Wenn die neue... Warte... Ich hab mich im Arsch... Ich hab' mich im Arsch... Glockenbrochen, wir sind... Und jetzt im Arsch... Nein! Please! Komm her! Nein! Also warum ich mich da bekommen kann? Ja! Hier sind alle! Ach man! Warum sind da aber noch alle? Warum könnte ich da nicht in Deckung gehen? Ich wollte eigentlich mich verstecken. Ich wollte mich verstecken. Ich will da rauf schießen auf diese Bombe. Nein! Warum muss immer von da jemand kommen? Ich wollte auf diese Bombe schießen. Ich würde die Multiköder erhalten. Aber ich halte mich an die Challenge. Was? Okay. Ich habe schon getroffen. Aber das interessiert mich nicht in der Spiegel. Ne, leck mich am Arsch. Ach, warum hast du den Scheiß? Das bringt das auch nicht viel. Also ich habe ein Emote gewechselt. Nein, ich habe nicht mehr dieses... Alles tun, was man tun muss. Bisschen auf Russisch. Der ist ja hier. So, ich habe das okay einfach gewechselt. Wegen dem Dugelo. Von Morodiane. Oh ja, das war eine Scheißrunde. Ich habe nicht eine von diesen Sachen bekommen. Ich mache definitiv noch eine Runde. Wir sehen uns dann in einer Sekunde. Bis gleich. So, weiter geht es jetzt hier. Mit einer weiteren Runde... Leck mich. Meindroide. Mit einer weiteren Runde von... Ja... Leck mich, nein. Äh... Von... Von... Das war der erste Kill. Der ist ja krass. Du kriegst mich nicht. Schade. Nein. Oh Mann. Ich kann das wirklich feststellen. Als ob wir jetzt nur zu dritt sind. Aber... Okay laufen. Oh. Das wird jetzt mein Schlag sein. Ich muss... Ich muss mal machen. Ach Mann. Als ob wir jetzt 2 gegen 6 sind. Was ist das für ein Team? Wer hat das sich ausgedacht? Ich will schießen. Kommt sehr viel. Ich will... Ich weine gleich. Trotz. Ja komm. Hier töten mich doch nochmal. Ja ist natürlich scheiße wenn man noch die Runde verliert dann auf so'n Challenge. Ich muss das machen. Oh. Oh. Noch mal. Ob die Ankersteig rauskommt. Das war nicht schön. Warum? Warum? Trifft er ihn nicht? Hä? Ich verstehe diese Logik dahinter nicht. Also... Ich muss irgendwie... ihm ins... ins Gesicht spucken. Oh. Also dabei noch. Ich dachte gerade immer wollte auf mich schießen. Die werden jetzt alle hier herkommen. Das ist schon mal eins. Oh Mann. Das verschlägt meine Stimme. Ja immerhin sind die Teammates da. Ne. Ich will schießen tatsächlich. Boah ey. Wie das ganze Team-Tunnel auch hinkommt. Nein. Nö. Gib mir nicht den Krill. So auch. Nein. Ich würde mir eigentlich... Aber nicht mal... schießen. Warum? Warum? Ey. Ich... Ich verstehe das nicht. Gott. Ey. Ich verstehe das einfach nicht. Normalerweise wenn man hier... Hier steht einer. Und ich mache so. Dann sollte er sterben. Das Spiel denkst du nicht so. Ja. Genau so sollte es eigentlich aussehen. Ja. Komm. Ich will so gerne zurückschießen. Boah. Eine gute Waffe. Die DL-44. Alle weg. Nein. Ach man. Selbst mit der DL-19X würde ich besser spielen. Ja. Hier. Hier. Ich will auf ihn schießen. So. Ich habe einmal geschossen. Ich habe nicht mal getroffen. Ich habe nicht geschafft. Ich muss jetzt das ganze Video von neu anpacken. Nein. Natürlich nicht. Aber... Jetzt geht es. Scheiße. Geht doch. Aber trotzdem da von hinten noch. Ja. Mit ein paar T-Mails läuft es hier schon. Aber... Für mich läuft hier gar nicht. Nein. Ja. Ich muss mich da hinrollen. Ich darf nicht springen. Ich muss so... Zack. called sauer Watching. All die stehe derivieren können. Und auch nicht genau den Music. Ist es dann beim Abokong what ist? Ich weiß nicht. Bäh ich habe Abokongedet. das kann ich eigentlich zeigen aber ich bin nicht so einer nur weil ich schlecht spieler sich gleich rauskarten werde außer wenn es leckt dann hat es aus definitiv gibt es jetzt noch eine runde hoffentlich werde ich da ein bisschen besser stehen wahrscheinlich rückrunde auf dieser map 3000 credits habe ich verdient ich mache dann hier einen kleinen schnitt wir sehen uns dann gleich so jetzt geht es weiter ich leck schon wieder rum was ok ist wahrscheinlich habe ich das richtig komisch ausgesprochen aber naja so drüner lang auf die walds und ötland mal sehen ob das was wird ich glaube nicht weil diese map ist viel zu groß wird mich gleich kriegen oder auch nicht denn ich jetzt wo ich ihn mir ich will nicht schießen ja von hinten noch ok ich muss zugeben ich fand es mal ich fand es gerade richtig leise ich weiß ich habe das jetzt verlieren warum ich verstehe es immer noch nicht das ist normalerweise ist es ja so wenn man mit dem bau ich habe und das er mich noch bekommen 0 zu 3 jetzt nur zu 3 in der drüben eine schwelle nach der dritte ein drüben lassen es ist wo man bei der drüben ja genau so muss es aus Okay, Lo. Okay, jetzt war gerade noch so die Arme, das war Russisch, aber trotzdem. Ich mag das. Nein! Nein, wir haben nur 6% gezahlt. Oh Mann, ey. Nee, das wirst du nicht bekommen, du. Warum? Riecht es nicht? Ja, spring runter hier. Spring. Der ist wirklich runtergefallen. Hier für dich. Oh Mann, ey, das ist, ob der gerade wirklich runtergefallen ist. Boah, das war so schlecht. Das war Wurzeln. Ah, jetzt habe ich erst mal einen schönen Lager schon aktiviert. Egal. Oh. Boah, ich habe richtig schön verzogen. Nein, was? Vom Fallschaden? Will der mich verarschen? Ey, jetzt will mich aber das Spiel vollkommen verarschen. Vom Fallschaden bin ich gerade gestorben. Oh, nein, ich schieße. Ich will schieße. Ich werde ja alle umbringen. Ah, dreh dich doch, Junge! Ich glaube, ich werde diesen Part Total Rage nennen. Dann so ein Bild von mir rauf klatschen, wie ich so richtig in Rage-Mode bin. Dann gleich so ein Feed abonnieren, liken, mit allen Freunden, selbst wenn du keine hast, trotz im Teil. Nein. 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 Oh Mann. Weg mich. Ich bleib da nicht so. Was? Nein. 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 Oh Mann. Ich will sowas von Total Rage als ein Cap schreiben. wenn ihr noch mehr von diesen videos sehen wollt abonniere diesen kanal lasst einen like hier steht ja geht doch was war das kann also habe ich ihnen so lange also habe ich zwei schläge braucht um die zu töten das ist ein absolutes nur das hat man so früh in der floten oder so eine lehrerin immer gesagt wenn man selbst was gemacht hat schade er hat sich aber schon gekriegt so richtig ekelhaft hier hin oder die sieht man nicht den sieht man nicht mal alter wenn der jemand nicht was nicht aber alles klar was für ein scheiß ich springe neben dem raketenwerfer ich nehme noch mal was passiert ich schieße schuss fliegt ja hier ich weiß was ich mache es ist ja immer auch die bauer als der challenge aber der kriegt ja nicht ach nein der kämpft immer oben drauf ne ah den brauch ich mir jetzt mal ich weiß was ich mache ich weiß was ich mache ne ne komm ich dachte das hat so ein lockern nein sterbe als ob das nicht alle hier sind nach von frut ich ich trete der kommt ja durch der 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 die der die 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 Sie haben die Energodroide verabschiedet. Sie haben die Anstrengung verabschiedet. Egal. Wenn da nur so rumstehen, ist das schön. Nein! Oh, der wird ja rachen in der Arsch. Oh. Ey, aber es läuft jetzt so langsam bei mir. Irgendwie so halb. Ich finde es diese Runde so komplett für den Arsch. Ey, wir gewinnen sogar. Nice. Wo stehen sie? Das verpasst du aber, warum stehen sie da? Also, ich bin Schemm. So was wie Freedills eigentlich. Eigentlich müssten sie sich merken, dass der Bower hier benutzt wird. Weil ich bin der einzige Short-Trooter. Was habe ich verpasst? Warum läuft das jetzt? Ne, jetzt mal wirklich. Was habe ich verpasst? Weil die stehen einfach jetzt nur noch rum. Oh nein... Wir verpasst du doch noch. Wir verkaufen uns alle Energienerungszeiten. Und unter den Blech aus? Nein... Nein! Nein! Wir verkaufen unsいく. Verpasst du doch gar nicht dazu. Egal, ey, du kriegst mich nicht gesnallt, Junge. Was? Der ist auf mir gelandet. Ey, der ist auf mir gelandet. Nice. Das war ne Verspendung von einem... ...Dings. Hier für euch. Der ist auf mir gelandet. Oh, ich hab so einen Kill. Fuck, aber auch meinen Leibwächter hätten wir heute sonst von Arsch. Okay, der läuft einfach nicht rein. Ich weiß nicht, sind diejenigen verblühtet geworden? Ja, eigentlich sollten sie daraus lernen, dass ich die Bauer fährt. Nein! Nein, wir haben verloren! Nein! Aber die Runde war nice, die Runde war wirklich nice. Erster, 17, 18. Na ja, gut. Meine KD weint immer noch. Aber immerhin, die Runde war wirklich knapp. Muss ich jetzt sagen. Wir haben am Ende noch richtig gut aufgeholt. Ich hab auch mich richtig gebessert am Ende. Weil halt, ich weiß nicht, was mit denen los war. Die Gegner waren plötzlich irgendwie... Droh dumm, muss ich jetzt sagen. Na ja, das war's dann jetzt mit der Bow Riffle Challenge. Wie findet ihr die Idee von mehr Challenges? Ihr könnt natürlich auch in die Kommentare schreiben. Was wollt ihr für Challenges haben? Oder was habt ihr für Vorschläge natürlich? Ich werde versuchen, alles zu machen. Und egal, ob ich deprimierend spiele oder wie der übelste Pro. Na ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's dann. Und tschüss.